Der Einwuchs Der Einwuchs Der Einwuchs Immer noch nicht. Wenn uns ein Wirst, dann geht es nicht mehr. Die Mauer sind der Einwuchs Der Einwuchs Und wenn's nicht aufpasst, nach dem Amtsgang, schlapplos. Bist du schwach? Na ja, was dann mach ich? Morgen Mai ist er ab. Also, mein Gespräch, das gießt zwar schon auf, aber mein Geist, der liegt noch im Bett noch schlafen. Grüß, B. Warholin. Ist der Plexo von der Ruhe einfach anspricht. Ja, grüß B. Josef. Ihr werdet schon solche Saubeinen sein. Habt ihr nichts besser zu tun, als wir die ganze Nacht umeinanderziehen und saufen, bis sie überlaufen sind? So schaut's aus. Was heißt, dass so schaut's aus? Was heißt, dass so schaut's aus? Nein. So schaut's aus, was halt, dass so ausschaut, als würde es so ausschauen. Also, du frecher Krippel, du. Du bist doch feiner nicht so graus, dass du nicht fangst, gell? Jetzt hält dich aber ja nicht so auf. So was ist denn schon passiert? Ich reg mich nicht auf. Weißt du? Grüß Gott. Ich war jetzt hier die Rache. Zu seinem Hof ist mir nicht leicht zu finden. Das muss ja schon so. Wieso heißt das überhaupt Waldweg? Da ist ja feiner, breit kein Wald. Ja, eben. Drum. Ja, aber da hab ich gesagt, Wald weg ist. Das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist mein Chef. Was ist das so, Herr Schäfen? Ja, wo ist er denn nachher? Das ist jetzt auch nicht genau. Was wollen Sie denn von ihm? Ja, er selber halt. Wie wollen Sie denn das? Der hat mich doch telefonisch abgestellt. Also, scheinbar bin ich in der engeren Auswahl. Auswahl? Was für eine Auswahl? Ich hab aber gar nicht gewusst, dass ich mich einsteuern darf. Ich geh zum einsteuern. Also, wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann wirst du halt Schäfen zu mir sagen. Äh, wir... Ja, heiraten wir den Halt! Eben! Ja, den Bauern, wie denn sonst? Sie! Heuren! Ein Bauern! Wie viel klemmest du denn da drauf? Also, scheinbar redet der Bauer nicht mit seiner Anstelle über Privatsachen, hm? Wie geht der Anzeige, wenn ich da... Wie der Bauer schreit, was einer zum Heuren sucht? Äh... Die Anzeige? Haha! Entschuldigung, dass du dir keine Anzeige hast. Ach so, ja, ja! Die Anzeige, das weiß ich schon von der Anzeige. Ja, ja, ja. Die sind mir bis gerade entfallen. Ja, man kommt ja wieder. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich kann auch mal schauen, wo der ist. Ja, mach das. Ich warte weiter, wenn er will. Also, dann schaue ich auch mal. Ja! Ja, naja! Na, mein Mutti! Na, mein Mutti! Wie kann mein Mutti? Ja, mein Mutti! Na, mein Mutti! Vogel! Vogel! Du, Mann! Niemals nicht noch vieles tun, was ich mir anwollt! Das muss man glauben. Das lass ich mir zu! Niemals! So mal, schon usede ich mir so, wir sollten mich anwollen wollen. No, die Nervenärzte! Du, die, die da raus ist, das ist doch die Neue von der Polizei, oder? Ja, Frau Dich, aber die wollen doch... Wir wissen schon mal, die wollen. Jetzt braucht ihr nicht die Heimlichkeit. Ich kann ja eh noch mal was hören. Aber das, was die mit dir vorhanden fangen, das lasse ich nicht zu. Du, die Betty und ich, wir haben jetzt gerade einen Plan gemacht. Du wachst jetzt dein Zeug zu und dann wirst du versteckt bei der Betty im Stadl. Ja, aber... Nix, aber, das passt schon. Ich bin anschließend eine Freundin des Hauses. Ach, gell? Ich bin ein Zahnheil. Nein. Nix, aber... Du, oder möchtest du vielleicht, dass du das mit mir gekommen bist? Sag mal, was ist denn da drin aus? Was war denn das jetzt gerade? Ich wollte euch die ganze Zeit von ihren Herrn, plus es lasst mich an keinen. Nein, jetzt darfst. Also red. Also das mit der Anzeige. Was ist denn da drin? Dann geht's ja zu wie am Bahnhof. Da schon wieder eine. Nee, werden sie mich nicht beleidigen. Sonst lösen sie mich gleich raus. Was? Tja! So wie im Holz in Zimmerland. Das möchtest du mit Bauern selber klären. Wo ist er denn? Ja, ich bin doch der Bauer. Sie sind doch nicht der Bauer. Sie sind doch nicht der Bauer. Sie sind richtig erschwan. Und dann? Freilich ist das der Bauer. Ja, Freilich ist das der Bauer. Und dann sind sie natürlich die Bauerinnen, oder? Ja, Freilich bin der Osterhoss. Freilich bin der Freilich. Ich wollte Freilich drücken. Ich wollte nur schöner, eine Nervenärztin, die durchdrehen. Wieso denn Ärztin? Ich bin doch bei Ärztin nicht. Nichts! Wo ist denn das dann? Ja! Au! Au! Au!